Ich hab den schon auch Lilla. Der ist ja auch Lilla. Ist das ein anderes Lilla? Nee, ist das kein... Es ist kein anderes Lilla-Kabin. Es ist genau dasselbe Lilla wie Lilla... Ähm... Schauen wir mal von vorne an. Es wurde gesagt, ich soll das aufbärken. Mann! Das fühle ich jetzt. Ungemein, aber ich werde jetzt mal hier durchpulen. Ey, ich brauche alles. Also... Ich, ich... Ich habe nix. Ich habe viel... Nix. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die mit dem Kabin in der Under-Legacy-Mod. Jetzt habe ich's. Ach, schön. Ehen Tag dann der Horde. Ich versuche jetzt schon zum 25.000 mal aufzunehmen, aber ich krieg hier nicht der Schissen. Aber gut, seid ihr ja nicht anders, ihr wohnt von mir. Ähm... Heute liegt an unter Tage. Ich möchte den Durchgang durchbrechen. Also... Durchbohren. Notausgangstechnischerweise. Und vielleicht kriegen wir noch den einen oder anderen Diamanten. Äh... Abgesnackt wäre für Benzin ja nicht mal so verkehrt. Und ich muss euch fest gestehen. Schlimme Dinge sind geschehen. Ich habe Sachen gemacht. Furchtbare Sachen. Ich weiß ja nicht, wie ich's euch erzählen soll. Am besten. Gezeichnet euch, wa? Hallo. Ich war so frei. Ich habe alle Mühen und Kosten gescheut. Hab mir eine Kamera besorgt und es will ich da. Scheiße ist... Ich habe hier nie Sonne. Und jetzt fuckt sie mich ab. Ey, das kann ich wahr sein. Das war wieder Eingriff in den Klo. In den Klo. In das Klo. Mann. Willkommen in meiner Welt. So. Okay. Also. Ähm. Was wollte ich denn jetzt machen? Sagen sie mal den Handschuh. Ich habe den schon auf Lilla. Der ist ja auch Lilla. Ist das ein anderes Lilla? Nee, ist kein... Es ist kein anderes Lilla-Kabin. Es ist genau dasselbe Lilla wie Lilla... Ähm. Kann man nochmal von vorne anfangen? Kann man das halt löschen? Ich habe keine Lust. Nochmal von vorne anzufangen. Aber das ist ein anderes Ding. So. Warten sie mal. Ich schmeiße mal die Knifte da rein. Dann packe ich das wieder da rein. Dann packe ich das da raus. Dann kommt das weg. Äh. Ich bin wieder... Waffe nicht wie in meinem Armee. Also das übliche. So. Warte mal. Springladung. Die lasse ich natürlich. Äh. Ich möchte mir ja auch... Ähm. Eine Schätze geben. Genau. Schätzelein. Ich hätte mal vorher nichts trinken sollen, ne? Das ist eine total dumme Idee gewesen. Ich weiß. Ich gebe zu. Es war kritisch. Aber ich habe Durst. Aber das ist ein anderes Ding. So. Wie sieht es jetzt inventar-technischerweise aus? Habe ich jetzt schon genug abgelenkt? Nee, immer noch nicht. Gar kein Problem. Ich habe ja zwei Kisten. Zwei Kisten. Äh. Ähm. Drei Kisten. Es tut mir leid. Aber zählen ist für mich, Neuland, die Internet für die Regierung. Und ab und zu sollte ich auch mal Luft holen beim Sprechen. Soll vielleicht helfen. Mal. Warum ist denn hier alles... Das kann doch noch ja nicht so voll sein. Das... Das geht doch gar nicht. So. Jetzt... Ach nee. Das ist ja sortieren. Ich Idiot. Na? Wie lange spielst du schon, Heaven Days? Nicht schon sehr, sehr lange. Ich schüttel dir ja nur mit dem Kopf. Was soll's? So. What is it? Blood. So. Aber mehr? Was habe ich denn noch hier so in der Tasche? In der Tasche? Naja. So alt, so viel ist es nicht. Ich wollte auch nur das Strom-Ding jetzt da runterziehen. Also... Von da oben nach da. Und ich wollte auch... Wo finde ich diesen? Ich soll mal kontrollieren. Da ist ne Mod drinne. Da ist natürlich keine Mod drinne. Ich hab neue Sachen. Natürlich. Habe ich überall. Ja. Das ist ja kein Problem. Nein, nein, nein. Ohne Worte. Aber willst du da auch nur sagen? So. Das darin. Den Schrauber nehm ich mit. Das lass ich hier. Das zieht mal darin. Das bleibt hier. Das ist... Wie gesagt, mein Tiersystem ist grenzenlos. Moment mal. Ist das nicht? Ich soll nur einer sagen, ich finde nicht das, was ich haben will. So. Also. Äh. Infektion. Du kannst mal ganz schnell verschwinden, du. Annes. Gut. Also. Und dann... Ich versuche da runterzugehen. Aber ich bin nicht möglich... Also ich kann die Treppe nicht runterlaufen. Ach. Mensch. 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 Achso. Äh. Was ist denn mir passiert? Ich warte nicht. Ist das abgesackt? Es wurde gesagt, ich soll das aufwärten. Mann. Natürlich. Jetzt. Ungemein. Aber ich werde jetzt mal hier durchpulen. Den Ausgang. Und dann werden wir das... Ich werde das absichern. Ich schwör. Ach. Schnell ist es in die Kamera hören. Ach. Na ja. Und außerdem pool ich ja hinten. Ey. Aber wirklich. Du musst mal... Vielleicht habe ich ja wirklich hier Glück jetzt. Diamanten. Vielleicht staubig ja ein paar. So. Da bin ich. Pickel ist im Arsch. Ich fragte lieber nicht wie. Und wollte da nicht wissen. Und äh. Diamanten habe ich nicht gefunden. Aber. Wir haben Blei unter der Hütte. Und die Hütte ist abgestürzt. Also abgesackt. Das heißt, wir müssen ähm. Ganz, ganz dringend. Blöcke bauen. Die ich nicht machen kann. Weil... Ich weiß nicht wie das geht. Stimmt. Und. Mann. Das habe ich ja letztes Mal neu gesagt. Ich brauche ja auch neu. Äh. Ich brauche alles. Also. Ich. Ich. Ich habe nichts. Ich habe viel. Nix. Sehr viel nichts. Ach. Und Kohle. Äh. Wie gesagt. Kohle habe ich jetzt auch unter anderem gefunden. Also. Der Täter heißen. Ich kann das jetzt ja nicht reparieren. Also noch nicht. Ich muss das erstmal umwandeln. in. Ich habe jetzt ja schon eingeschmolzen. Ich brauche ja Stahlplatten. Und ich brauche. Die Schöpfe. Die Schöpfe brauche ich. Mensch. Ich habe vor fünf Sekunden neu gesagt. Nix vergessen. Nix vergessen. Nix vergessen. Nix. Und gelöscht. Schöne Heidewelt. Da ist meine Schöpfe. Sonst hätte ich mich unten weitermachen können. Aber. War nicht möglich. Mich leicht verbohrt. Da bin ich aber verbohrt. Keine Panik. Es kommt immer Kabel dazwischen. Wat? Meine Kopfhörer sind total verdudelt. Also wenn ich irgendwann mal. Wie eine Feder an der Seite springen. Oder so. Bis da. Ist überspannt worden. Das Ding. Jetzt irgendwas gemacht? Irgendwas passiert? Keine Ahnung. Ähm. Gut. Ähm. Ablenkung genug. Wir müssen da rechnen. Ich brauche ja bloß ein bisschen was zum reparieren. Mh. Da haben wir was. Und ich habe jetzt gerade so. Einen ganz kleinen Filmriss. Und zwar. Ich habe ja jetzt mal Stahl. Äh. Titan. Produziert. Und ich wusste auch. Dass ich Titanplatten brauche. Ist aber nicht mehr für wat. Weil das habe ich schon aufgewertet. Auf max. Das ist auch auf max. Ich habe jetzt alles nachgeschaut. Ich brauche nirgendwo Titanplatten. Und warum kann ich das bloß auf Stufe 2. Ich bin mir ganz sicher. Ich habe irgendwo Titanplatten gebraucht. Das fühle ich gerade nicht. Kann ich das auch auf werden? Nö. Ich kann das nicht sehen. Das ist ja schon auf Stufe 3. Eine Chemiestation. Ne. Da ist bloß Glas. Was. Ach. Wie ist eke wat. Keine Ahnung. Wenn ich Geld brauche. Werde ich es schon wieder finden. Es war ja immer so. Gut. Okay. Also. Ähm. La Pickel. Zack. Bums. Mal kann ich dich nicht. Auch schon. Ne. Bei der ist Lilla letzte Stufe. War. Oder muss die Werkbank weit auf werden. Egal. So. Ähm. Keine Enttäuschung gibt das. Ich habe immer noch keinen Diamanten gefunden. Hab ich noch mit. Ne. Das ist fertig. Sag mal. Hab ich oben das Elektro-Dings an? Ach. Ne. Das ist. Oh. Ey. Ich habe jetzt gerade gedacht. Ich habe Strom zu laufen. Oben. Aber das kann ja ja nicht sein. Ich hatte ja kein Benzin mehr. Ach. Ist das schön. Das wollten wir ja wie gesagt machen. Naja. Gut. Bis jetzt habe ich noch keine Diamanten gefunden. Aber das kann ja ja nicht sein. Wie gesagt. Da fehlen uns jeden zwei Stücken. Ich lichte es schon an. Warten Sie mal. Ich gucke mal kurz nach. Ich bin immer noch so schön überbelichtet wie eh und je. Also wie ihr wollt. Und zwar. Also hier. Wie gesagt. Bin ich ja bis hier hinten durch. Und. Da Eisen. Und beim Hochkrauchen. Tätig feststellen. Wenn das hier Kohle ist. Und da unten. Hier. Hier ist Blei. Genau. Und hier ist Asphalt. Was sich aber nicht so anfühlt. Also. Buddeln technischerweise. Ist es bloß tief. Was. Sehr merkwürdig ist. Wasser kann nicht hier unter sein. Weil. Wie gesagt. Ich habe. 1,2 Meter verpasst. Um das mal höflich zu sagen. Scheißendreck habe ich daneben gebuddelt. Oh. Wie geht denn jetzt hier. Ich muss da schon lange. Äh. Schon lange. Schon lange. Schon lange. Durchbrechen. Luft. Da ist Luft. Wunderbare. Klare Luft. Wow. Ich wollte da drüben rauskommen. Darf ich nochmal. Hier ungefähr. Habe ich gerechnet. Naja. Gut. Ist ein bisschen Luftlinie. Ich bin da ein bisschen abgespuckt. Ganz minimal. Halt die Klappe da. Zeig. Kommst der auf den. Auf den. Auf den Top. Warum seid ihr die Vier auf den Top kommen. Im Top. Oh. Das Öl ist fertig. Oh. Es ölte mich. Naja. Wie gesagt. Ich muss es aber erstmal verarbeiten können. Das heißt. Ich muss. Hier ringsherum. Blöcke setzen. Und ein Tor. Gut. Das ist aber auch weit genug weg entfernt. Ne. Von zu Hause. Also. Wenn das mal kein Safe-Ausgang ist. Dann wies ich das auch nicht. Und wie gesagt. Ich kriege Eisen und Eisen worden. Aber. Ich brauche jetzt erstmal Holz. Für den Rahmen. Für den Einstieg. Und für die Sicherung. Bevor es mir durch geht. Keine Ahnung. Das war mir grad danach so. Es war mir grad. Nach ne Spinnenstunde. Ich stauner, sieh noch nie da ist. Hier ist noch nicht da. Tralala. Dang sie mal. Tätensel Munition mit bei haben. Ja. Jut. Hier ist noch ein bisschen was. Das ist kein Problem. Das müssen wir nämlich auch neu herstellen. Repair-Kids. Könnte schwierig werden. weil sonst ist die munitions verteilt verteilt verteilung nicht korrekt siehst du nicht mein was denn los jedes harz ja ja da hat es um sie macht dann mal wie viele punkte damit denn überhaupt gekriegt in der wurde ich habe den fokus drauf hey ich habe wieder punkte bekommen hey kann das aber nicht machen nochmal zwei punkte okay moment so da ist aber ich habe ein bisschen was getrunken soll ja ab und zu mal helfen wurde mir gesagt so das ja noch da sind ja zwei drinnen die waren doch vorher nie da erstens würde ich mich daran erinnern und zweitens werdet nämlich schon kaputt aber vielleicht ist er jetzt auch wieder luke da würde er sich eigentlich bloß für holz hier unter wie es war aber jetzt bin ich schon wieder am luken er kann es einfach nicht lassen er kann es einfach nicht lassen er kriegt den heiz nicht voll und da sagt meine anzeige aber was anderes stimmt ja ja stimmt ja auch er kriegt den heiz nicht voll ist ja eher eine strömme naja ich bin draußen her jetzt mache ich die erstmal rektal was was wo wer wie warum denn hallo er ist mir in die schussrichtung gesprungen ob sie es mir glauben wollen oder nicht jetzt interessiert er keine sau naja wie gesagt wird ja jedes mal resettet wenn ich nachschaue was macht so keinen spaß zu looten gut also jetzt werden wir uns erstmal ein paar blöcke herstellen wenn wir den aus den aus und eingang betonieren aber ich muss vorher was essen und was trinken das sieht danach aus als ob er so was gebrauchen könnte spring und darum und links rechts geradeaus und vorsicht 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 und durch starten durch starten da wollte ich denke ich irgendwann in den restlichen radatsch zwei kinder radatsch mehr da und wie sagt im stick denn irgendwie markieren das sieht groß räumig frei kloppen ach und ich brauche ja auch noch einen gebietsschutzblock wie gesagt da war ja nur was hab's nicht vergessen aber dazu brauche ich ja den zweiertisch brauche ich dafür genau und eisen dingetzen eisen dingetzen ich hab das jetzt halt in stahl ich hab alle umgewandelt in stahl ich brauch doch eisen ja nee ist klar scheißen dreck ich hab das jetzt halt umgearbeitet ich bin doch so ein held schnauze nee du kriegst noch was zum essen aber den schnauze das andere essen ich sage auch noch so ja stell dich hin äh her stell dich hin da kannst du einfach nix zu sagen sondern nur ertragen hat keiner gesehen dass ich den kaffee nicht mitbeiratte die da aber die hört ist da wer hallo nee ist nur meine pumpe die pumpt jetzt muss ich nochmal unter Tage naja gut ich wollte die ja so oder so abbauen und blöcke wollte ich auch noch bauen schön dass ich alt mache alles was ich sage mache ich auch setze ich sofort um dafür bin ich bekannt verdammt jo die müssen ja so oder so blöcke machen aber wie gesagt alt betet ist wichtig ja hier ist schutzblock falls er irgendwann mal will er hier eine quest machen und ich verknackt wieder also den schlafsack dass ich die entsetze und dann verkackt äh was ist hier denn wieder alles spawnt ich würde sagen meine picket kaputt und ich habe drei diamanten yay jetzt muss ich erstmal hier wieder rausfinden äh nee war nicht raus verdammt nochmal aber wenn du eh mal drinnen bist denn 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 ist aber Feierabend denn ist ich habe auch überall durchgebohrt da dann muss ich ne da zieht danach aus genau da ist der Ausgang pass auf jetzt kommen wir hier rinnen und bei uns zack bums alt voll weil bis jetzt immer wenn ich gebohrt hab wie so ein Beklopper oder beziehungsweise gekloppt hab wie so ein Beklopper entstanden sie hier in der Hütte drinnen oder beziehungsweise in der Hütte äh im im Loch aber ich muss sagen das war ganz schön rentabel wie gesagt wir haben jetzt die Diamanten fast zusammen Alter hab ich jetzt Kohle in der Tasche wie gesagt ich brauche jetzt bloß noch hübs das ist aber gut äh ich brauche jetzt bloß noch Nitrat wie gesagt dann müsst ihr eigentlich auch noch irgendwie ein Stück haben dann können wir Schwarzpöfer herstellen und dann brauche ich bloß noch Geschossspitzen aber die können wir dann auch bald herstellen das wird so nice dann schmeiß ich Munition so ne Moment mal naja doch ist doch richtig das ist schon ein bisschen wartet das ist schon kannst du das kann man schon nehmen so hab ich die Diamanten hier ja hier hab ich hier in die Schuze jetzt fehlt uns nur noch ein einziger Diamant bin grad an Berlin aber in Händler gibt es ja sowas nicht ne Diamanten glaube ich nicht äh so bin ich nicht so sicher das könnte sein muss aber nicht also repariere Moment mal kann ich nicht jetzt ich hab doch ich hab doch Titan ach ne da brauche ich ja ne die Repair Kits brauche ich ja ja nicht da ne also Schmerzen hab ich die denn jetzt schon wieder verlegt das macht mir aber total verlegen so da ist der Knüppel da ist nichts da ist nichts wir kriegen dafür 300 ja ich sollte die mal verkaufen das sollte ich wirklich mal tun sag mal ich hab doch die Picke vor neu gesehen da hab ich neu gesagt oh ich muss die reparieren hoffentlich denke ich daran jetzt denke ich daran jetzt finde ich sie nicht und zwar jetzt brauche ich ja auch äh holz holz da ne ist ja noch hier ja gut hä wo ist denn die denn hin äh die denn ist weg ach ne die hab ich doch hier nicht müssen dass ich die reparieren kann Mann jetzt aber und dafür brauche ich eine Werkbank oder ne da ja doch äh die muss besser werden die muss auf Stufe 3 so da brauche ich ja ach jetzt jetzt fällt es mir wie Schumpf ich weiß will er was ich brauch äh für was ich die Titanen brauch so rum ne warte nicht hier alter das sind viele zu viele Tische man kann es aber auch kompliziert machen so wo ist denn dieser da da muss ich hin und das muss jetzt aufgewertet werden und da brauche ich Stahlschrott äh Titanschrott Moment mal ich kann doch ja keinen Titanschrott herstellen das Zeug kann ich doch nur finden oh man ich lerne jetzt nur die Tarnpicke wenn ich das überhaupt kann Ballistikstation Johannes Titan Kampf der Titan da das will ich machen da brauche ich jetzt Titanplatten genau 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 Herr Doktor Kohl da können wir ja noch mal zurück da können wir ja ein zwei Stück herstellen ich baue mir jetzt ne Titanpicke und die würde bringen und ne Titanaxt hätte ich auch gerne die ist da das wären denn schon 40 was ich brauche also rein machbar werdet vom machbaren her also ich will das und ich will das genau also das und das wäre natürlich auch nicht schlecht aber ich habe ja schon Knüppel der Knüppel muss erst mal repariert werden genau aber dazu muss ich ihn erst mal leeren erfug ich schon fertig erfasst also also Titan da was jetzt bin ich mal gespannt was ich brauche ach so ich brauche Forschungsstation und die Serie wo noch mal ich habe die ganz ist mir nicht aufgefallen die Titan zack dann kann ich mir nämlich die herstellen dann kommt das nämlich weg dann wird die nämlich besser gemacht das ist nämlich besser als die und Moment mal ich wollte doch den Bohrer haben kann ich das nochmal abbrechen ja gut dann habe ich das Zeug ja wieder ich wollte ja den Bohrer haben das war doch gerade so nur die Kurve gekriegt ich brauche 50 ich koste das nicht natürlich wusste ich das aber gut zifft hier alles nichts dann stellt mir nochmal einen Bohrer her die Munition weg bank das ist zu reparieren das ist Bohrer brauche ich einen Motor sag mal ich hatte doch einen Motor neu gehabt der müsste ja drinnen sein aber scheint habe ich denn doch gehen hallo handelt hier ist auch angeschlossen hat es ja alles angeschlossen naja gut ähm ach das ist doch ne dann steigst mit dem Teil der ist machen wir eben halt ne Stahlpicke erstmal äh Titanenpicke und dann nach nach es passt es passt schon es könnte sein dass ich ein bisschen über der Zeit bin das muss ich mal nachher schauen achso ist ja auch schon wieder nachts meistens kommen sie ja nachts immer schnell zum händler und hol uns nochmal schnell eine quest für morgen oh ja das werde ich tun das ich bin ja vorbereitet bin ich ja ich will doch nie ohne trinken aus dem Haus gehen ups und Getwart und Turbo jetzt haut es auf immerhin die Sonne ist auch nicht mehr da es macht schon echt was aus wenn die Sonne nicht da ist und ich muss echt zahlen ich hab mir so Kamerabeleuchtung geholt die billigste von Billion und ich wurde echt positiv überrascht ich habe eine Lampe bestellt und habe zwei bekommen was voll geil mit standfuß alle Bäder alt auf led mit austauschbaren leuchten farben technischerweise ich hätte auch jetzt eine rote licht machen können so nice das werde ich mal für die horde ausprobieren ich werde mich rot schimmern machen so horden technischer weise muss ich mal kicken also vielleicht bei alpha 21 uhr so 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 durch hier so da schimmer der hier ist das durch das fenster oben da kann ich noch nichts machen ich habe jetzt wie gesagt extra so ding geholt zum abdunkeln aber irgendwie vielleicht schon wenn ein bisschen was durchs fenster durchlunschen tut und das kann ich nicht beeinflussen da müsste ich ja dein komplette fenster zu nahren zu brettern lass mich bitte nicht das fenster zu nah so so ich will es einfach machen ich habe er noch mit euch eine Quest und die ist ja immer noch nie so weit entfernt dann würde ich mal sagen äh stehe jetzt nach hause ich mache das inventar klein ich mache das inventar leer natürlich und ich wollte mir gerade ein face paul nehmen aber ich habe den base cap auf das ist nicht so günstig den base cap muss ich sagen aber ja gut dann würde ich mal sagen ich mache jetzt mal feiern abend wir sehen uns morgen wieder selbe stelle selbe welle und ja auch wenn solche verändert und macht euch einen schönen tag nicht wochenende also ist denn ich bin raus